So liebe Freunde und Damen und Herren, herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge von Blade Master. Ein bisschen Gold hat sich angesammelt über eine Woche oder so. Tatsächlich ist es exakt eine Woche jetzt. Wow, sogar auf die Minute genau. Eine Woche her, 20.26 aufgenommen, 20.26 nehme ich jetzt wieder auf. Witzig. Eine Woche lang 404.000 Gold bekommen. Und ich habe überlegt, die Gegner kommen jetzt doch sehr, sehr nah immer ran an mich. Deswegen ist es besser, wir rüsten unser Feuerschwert auf. Statt die Laser, die natürlich auch ganz geil sind, aber halt nicht so viel Schaden machen. Deswegen müssen wir die erstmal ein bisschen aufrüsten. Wir machen den erstmal auf 40 oder 45. Na, dann haben wir mal doppelt so viel Damage. So, und den Rest, denke ich mal, werden wir in die hier investieren. Die einfach mal unverschämt viel kosten. Aber jetzt machen wir schon drei bis vier Schaden. Das ist ja auch sehr schön. Fünf Schaden sogar. Und 70. Meine Klingeln sehen ein bisschen anders aus. 173.000 sind noch übrig. Wir machen mal hier auf 50. Ich weiß gar nicht, ob ich das versagt. Am Maximum müssen wir auf 55. 189 Schaden. Und meine machen nicht auch mehr so viel Damage. Wow, okay. Gut, das heißt, wir haben jetzt einen ordentlichen Boost bekommen. Und damit werden wir jetzt weiter stürmen. Oh, ich kann das ja auch nochmal aufrüsten. Und zwar den nächsten Level. Ich denke, damit sollten wir durchaus ein bisschen weiter kommen. Mit dem Schaden jetzt. Plus zusätzlich die Feuerschwerter, die wir haben. Hat nicht mehr... Das wäre ja bestimmt verbrannt. Nicht mehr die Laser. Aber die haben halt nicht mehr so viel gebracht. Das stimmt schon. Rampage. Ah, die teilen sich natürlich auch nochmal. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich bräuchte mal ein paar neue Klingen. Wäre das möglich? Rampage. So, ich brauche die neuen Klingen. Herr damit. Und schön verbrannt. Wie sieht die mit dem Bosslevel aus, ne? Also, Bosslevel. So ein Stage. Ich weiß nicht, die brennen gar nicht so lange, ne? Nice. Oh, da war die so ganz schön schnell gewesen. Ihr müsst so ein Repeat-Button drücken können. Das wäre ganz cool. Oh, komm, war nicht mal Werbung gewesen. Mhm. Wurde mich jetzt aber echt. Das schauen wir uns gleich schon mal hierhin. Verbrennen, 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 verbrennen. Burn, 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 baby. Burn doch einfach. Hm. Immer noch, keine Ahnung. Fasziniert. Es gab auch ein Update, glaube ich, hier das Spiel. Habe ich dir was auf dem Handy gehabt? Aber es ist leider nicht möglich, äh, die Accounts zu synchronisieren. Das ist sehr schade, finde ich auch. Das ist mal ein bisschen, ja, oh, die haben sogar Schilde. Rampage. Ah, die können wahrscheinlich von vorne nicht angegriffen werden. So, das nach, und los geht's. Oh, das war's schon. Ist quasi eine Bonus-Stage, weil es ziemlich easy war. Ja. 1460 Gold, keine Werbung. Faszinierend. Why? Why not? Also, ich würde mich natürlich nicht beschweren. Ich fand es auch immer sehr nervig, die Werbung. Oh. 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 Jetzt wird's aber kritisch. Rampage, ja, heiler. Oh, 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 oh. Ich schleiche mich mal ganz gut durch. Dürfte ich da mal bitte? Ja, oh, 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 oh. Das ist ja super ekelhaft. Aber. Ich fand, es hat sehr gut geklappt. Aber, wenn sie ja kurz verbrennen. Der Burn-Schan ist schon Voll der Burner Burn, Baby, Burn Also, machen wir mal safe hier Mhm, mhm Es gibt viel Gold 1390 Keine Erwerbung Und da stellt man die Freunde Upgraden wir erst einmal, nö Machen wir eine kurze kleine Pause Das nächste Mal gibt es einen Boss-Gegner Ja Und dann sind wir zur nächsten Folge wieder von Blade Master Das waren ein paar Stage-Geszen 400.000 Gold investiert Und jetzt komme ich ordentlich voran, muss ich sagen Aber mal schauen, wie weit Wir sind zur nächsten Folge wieder von Blade Master Bis dahin, ciao, ciao Bis dann, ciao Bis dann, ciao